Ja, schönen guten Morgen. Heute stehen drei Dinge auf dem Plan. Mähen, dann vertikutieren, ein bisschen reinschlitzen in den Boden und dann kommt die Nachsaat, die ich gekauft habe. Guck mal, was da draußen liegt. Heute Morgen waren sie da. Der Rasensamen. Die Monster-Tüte-Rasensamen. Oh, yes. Ich lasse mich mal messen. Kacke. Auf das richtige Werkzeug kommt es an. Aha. Ja. Da ist es. Da. Fairway-Nachsaat. PS-29, Festuca, Lolium, Prenne und Poaprantensis, Sparta, Fulma, Rossi, Eskada, Bugs, Greenglide, Miracle und Bluestar. Was ich gekauft habe, dann wird richtig einmal hier der Rasensamen raufgebracht. Ich hoffe, er fällt dann schön in die Schlitze des Vertikutierers rein. Und dann walze ich vielleicht nochmal rüber und dann stelle ich die Bewässerungsanlage um. Das sind vier Dinge. Dann stelle ich die Bewässerungsanlage um und dann lasse ich jeden Tag die Bewässerung laufen und hoffe, dass in einer Woche die ersten Gräser hier auflaufen. Das Wetter wird super. Es wird richtig warm die nächsten Tage. Also für Nachsaat hoffentlich noch genau richtig. Ich bin gespannt. Viel Spaß. Ich bin gespannt. 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 Ich bin gespannt.